Was haben wir hier? Steine. Ach, nö, danke. Zurück zur Zivilisation. Haben wir hier nicht schon Robo-Abdeckung? Ja, ha, ha. So. Oh, hier ist ja noch mehr davon. Weg. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich nicht aus Versehen wieder irgendwas abreiße. Das hatten wir früher ja schon oft genug, dass ich solche brachial-Aktionen gemacht habe und mich dann in zehn Folgen später wundere, hey, warum kommt denn kein Öl mehr an? Das ist gut. Das ist gut. Ja, damit werden die fertig. Was hätte ich noch ganz gerne? Ich hätte ganz gerne mehr Akkus. Viel, viel, viel mehr Akkus. Wegen den Türmen auch. Aber wo soll ich das Erz reinschmeißen? Und die Fabrik bauen, die die Stahlzahnräder herstellt. Das hatte ich ja eben gerade auch vorgehabt, so. Das heißt, hier schmeiße ich die mal rein. Oh. Ja, ein bisschen viel Holz kann das sein. So. Äh, hier, bäb, 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 die und die und die und die. Sollte jetzt alles automatisch eingeschmolzen werden. Wird eine Weile dauern, aber es sollte alles automatisch eingeschmolzen werden. Die können rein. Die Solarpanels sind für meine Abbaudinger da. Das kommt noch mit. Ja, ist okay. So, Stahlzahnräder. Die packen wir mal hier oben zu den anderen Zahnrädern. Das passt. Du. Schon mal ein paar blaue Kisten bauen. Du, dein, du, dein. Du hättest gerne einfach nur Stahl, richtig? So, zehn Stück davon. Ja, ein Stahl. Ein Steel Gear Week. Mehr ist das nicht. Gut. So. Und beschränken auf ein Stack. Das war nicht richtig. So. Das dürfte helfen. Äh, Mauern sehen sehr gut aus. Wie ist das jetzt mit Samt? Samt gut sehen wir gerade nur hier, richtig? Ja, komm mal mit. Hier. Düm, düm, düm. Düm, düm. Ähm, ich hab keine Fabriken mehr. Also keine guten. Boah, ist dann halt so. Äh, Westen war noch nicht fertig, richtig? Nö. Westen Mitte und Westen Unten war schon mal ansatzweise okay. Das hier muss noch alles weg. Ähm, nö, 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 nö. So. Da ist ein Roboport. Ich brauch noch mehr davon. Bau bitte. Ach, bau bitte ein paar Substations. da sind sie. Ach, hier unten ist schon Ende. Das ist jetzt nicht ganz so praktisch. Glaube ich, oder? Ah, doch, wir sind fertig. Brauchen wir kein Roboport mehr hier. Äh, okay. Das ist super. Aber wir brauchen noch Strom hier. Das heißt, gebaut werden darf hier unten noch, ne? Ja. Dann nimm bitte die Blaupause davon. Mach den weiter weg. Oh, und ich hab grad alle. Ich habe alle Mauerstücke selber mitgenommen. Den können die armen Roboter aber gar nicht setzen. Ja, okay. Mach ich das halt von Hand. Warum macht er immer dieses Tüttet? Komisch. Genau, macht die Bäume dann mal weg. Dann macht auch bitte das hier weg, damit ihr es später ersetzen könnt. So, einmal hier rum. So. Nur so ein Oh. Hier haben wir noch keine Abdeckung richtig? Nee. Hier in die Richtung müssen die Roboports also verlängert werden. Das heißt, ich brauche noch mehr davon. Ich gehe dann einfach von da oben aus immer drei Substations nach Osten und dann passt das alles weg. Definitiv mehr Gelbe Gesten bauen. 1 2 Hier kommt gleich der nächste Robo-Port hin. Wenn das denn da mal fertig ist. Oh, das ist auch schon fertig? Okay, dann nimm bitte den Blueprint. Setz ihn da hinten nochmal hin. Da nochmal hin. Da nochmal hin. Ich schmeiße alles hier ganz kurz in eine rote Kiste. So. Damit es möglichst nah dran ist hier an der Ecke. Also eigentlich sollte ich in mein Muster auch aufnehmen. Jeweils blaue Kisten hier hinter den Substations bei den Lasertürmen. Und dann immer ein Pack drin haben für, keine Ahnung, also ein Stack gelbe Mauern. Einmal alle Türme und so weiter. Dass, falls hier wirklich das reingebrochen wird, dass denn der Roboter einfach nur hierhin fliegen muss und das von da nach da einmal aufstellen. Das geht dann wesentlich schneller, als wenn er zum Lager hierhin aufbaut. Zurück zum Lager. Sachen schnappen, wieder hierhin wieder aufbaut. Das ist jetzt noch wirklich nicht ein Problem, weil wir werden nicht angegriffen. Aber es wird nicht mehr lange dauern. Also ich denke mal so in, keine Ahnung, zehn Folgen werde ich dafür sorgen, dass die Beißer uns alle durchgehend angreifen. Weil ich meine Edelsteine haben will und weil ich meine Stromversorgung ausbauen möchte. Und ich werde am besten dazu motiviert, meine Stromversorgung auszubauen, wenn Türme durchgehen, schießen. Das habe ich gelernt. Achso, genau, ich wollte dich noch. Da oben hin. Deswegen mache ich jetzt zwischendurch immer so ein klein bisschen schon mal was da, damit das am Ende nicht zu viel auf einmal wird. So, Haus vom Nikolaus sieht gut aus. Bisschen komisch. Aber ja. Licht. Eine Fabrik, die Licht herstellt, haben wir immer noch nicht gebaut, ne? Auch einer meiner lang gehigten Träume. Licht, Licht. Licht, das ekelige Grün ist weg. Und wir haben wieder mehr Wald zum Vernichten. Alles weg. So. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Nächstes Ziel. Akkus. Strom. Das ist alles doof. Und Kupferplatten. Achso, ich habe Kupfer hier rausgenommen. Deswegen ist keines Zeit. Ich dachte schon, wir hätten jetzt wieder, ne? Probleme. Gib mir mal Kupferplatten. Und Eisenplatten. Gib mir. Das. Ah. Das staubt sich gar nicht so wirklich. Irgendwo hinten war das vielleicht? Nö. Hier versteckt ihr euch. Da, wo die Roboter nicht hinfliegen möchten, weil es so weit weg ist. Gut. Baum. Mehr. Schmeiß. Bitte. Ich wollte als nächstes nach der Power Amo 3 die hellblauen Fließbänder machen, ne? Eventuell schieben wir noch mehr Logistikslots für den Spieler damit rein, weil das ist doch ein wenig lästig so. So. Ja. Hier ist das Kupfer versteckt. Ja, damit. So. Das sieht schon besser aus. Und die Weakflugkapazitator-Dinger, die hole ich mir jetzt hier. Weil ich keine Lust habe, die alle selber herzustellen. Zack. 200 Stück. Deswegen brichst du die jetzt auch mal alle ab. Die auch ab und baust die einfach so. Draht hätte ich aber auch ganz gerne wieder ein bisschen so auf Tasche. Nimm, 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 nimm da. So. Okay. Power Amo 3 ist übrigens schon bei 50%. Das ist schick. Ich hätte noch ganz gerne neue Zweier-Module. Die Dreier-Module hier könnten eigentlich aufhören zu arbeiten. Aber ich denke, es wird später ganz schick sein, wenn wir dekadenterweise überall die Dreier-Module reinschmeißen können, statt Zweier. Also lasse ich die mal weiterarbeiten. Trotzdem hätte ich gerne die alle. Du kriegst die. Du kriegst die. Du kriegst... Oh. Du hast schon so viele davon. Hier, nimm, nimm. Viel zu viele davon gemacht. Hab irgendwie erwartet, dass man davon mehr braucht, von den Pollution-Dingern. Aber so weit klappt das alles. So, weg mit denen. Mach hier raus bitte mal die Lila-Kiste, wenn es weggeflogen wird und nicht im Weg steht. Wie schaut's jetzt aus mit Öl und Leichtöl hat sich wieder gesammelt. Petroleumgas ist okay. Schweröl ist nicht vorhanden. Aber dann ist es wirklich gebraucht. Und die neue Kiste, die wir gerade erst aufgestellt haben, hat schon fast eine Reihe voll. Oh, ja, ja. Das ist gut. Das ist gut. Batterien... Achso. Du kannst weg. Warum werdet ihr nicht hergestellt? Weil ihr voll seid. Warum brauchen wir nicht so viele Batterien? Das ist komisch. Oh ja, da pfusche ich nicht rein. Wenn die das nicht wollen, wollen die das nicht. Leichenzerlegeanlage. Da müssten wir eigentlich noch was Richtiges bauen. Und da wir hier ja... Oh, Platz. Da wir hier ja das richtige Muster haben, könnten wir hier eigentlich im richtigen Muster, im Gegensatz zu dem ganzen Gerusel hier, die Anlagen für das Leichen zerlegen, ordentlich hinbauen. Joa, muss ich mal gucken. Nicht da irgendwelche Roche abreißen aus Versehen. Weg, weg, weg. Weg, weg. So. Ich habe ein paar von den guten Türmen dabei, ne? Genau hier. Zwei Stück davon. Das sollte eigentlich schon fast overkill sein. Aber das wäre der Plan, denke ich. Oh, warte. Wir hatten das, glaube ich, unten mit den Mauern falsch gemacht. Na, muss ich mir nochmal angucken. Nimm bitte grün. Nimm bitte... Wo ist die Blaupause? Da. Nicht weglegen. Drehen sollst du die. Leg das bitte mal hier so hin. Mach hier. Eck. Erstmal legst du die Blaupause bitte da rein, damit ich sie mal zur Hand habe. So, und dann machst du hier komplett das. So. Vier Reihen. Die Reihen sind auch nicht so wirklich toll, wie sie sein sollen, weil die Reihe da raus muss. Deswegen mache ich einmal so. Äh. Äh. Ja. Wenn man nicht die neu gelegten schon wieder wegnehmen. Das wäre albern, wenn er sie hinlegt und dann gleich wieder abreißt. Und so, hier ist gar keine Abdeckung mehr. Ja. Das mal alles weg. Und hier überall... Ich hab das auch weg. So. Bäume weg, 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 weg. So. Und mehr Mauern. Mauern, 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 Mauern. Da werden jetzt die paar Mauern, die wir gebaut haben und ich will reingeschmissen haben, nicht reichen, aber es ist ein Anfang. Und hier nach oben weiter. Zack. So, 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 so. Und dann auch die Roboabdeckung hier in die Richtung weitermachen. Der nächste wäre dann wo? Hier. Ja, warte mal. Klau mal ganz kurz da oben, die beiden Substations. Ich hab noch einen Robo-Port dabei, oder? Ja, hab ich. Sehr gut. Äh. Genau. Robo-Port. Eins, zwei, freilassen. Robo-Port. Da. Grünzeit ist auch vorbei. Das ist schön. Mach Licht. Licht. So. Und jetzt helft ihr hiermit aus. Und wir können noch mehr Bäume und Gedöns zerstören. Gelbe Kisten bauen, bevor es zu spät ist. Also wir haben da glaube ich noch drei oder so, die vollkommen leer sind. Aber das geht schneller, als man denkt. Deswegen baue ich blauen Chips. Du mich auch. Wie viel Size habt ihr? 72? Ne. 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 Tum, 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 Tum. Ah, Tumsten wird auch langsam. Das ist gut. Ah, Dite und Kobalt aber irgendwie noch nicht. Wahrscheinlich, weil unsere Spezialschmelze gerade dabei ist, nur Tumsten zu machen. Richtig. Ähm, mach mal bitte schneller und nicht energiesparend. Weil es ist gerade so halbwegs wichtig, dass das alles fertig wird. Weil sobald das da jetzt, ne, durch ist, würde ich es auch ganz gerne instant bauen. Mit lauter Zeug vollstopfen und dann Terminator-mäßig durch die ganzen Basen durchheizen. Wobei ich dann glaube ich sogar absichtlich nicht diese Basen hier in der Nähe nehme, sondern irgendwas außerhalb. Was bist du? Wobei ich dann. Vielen Dank.